Hallo an alle mit Sternzeichen Waage und Aszendent Waage. Willkommen zu der Woche vom 23. bis 29. März. Liebe Waagen, Ihr Planet Venus wird die gesamte Woche über im Zeichen Stier fortschreiben. Folglich wird es sich für Sie in einer äußerst vorteilhaften Position befinden. Venus im Zeichen Stier wird Sie nämlich sowohl aus spiritueller als auch finanzieller Sicht sehr unterstützen. Da es sich in Ihrem Haus des Geldes befinden wird, werden Sie Unterstützung hinsichtlich Einnahmequellen, die Sie über Dritte erhalten, sowie der Finanzen erhalten. Falls Sie verschuldet sind, werden Sie Ihre Schulden in dieser Phase leichter abbezahlen können und Hilfe bekommen. Falls Sie sich einen Kredit wünschen, könnte dieser genehmigt werden. Die Unterstützung von Ihrem Ehe- oder Geschäftspartner könnte ebenfalls ansteigen. Die positiven Wechselwirkungen zwischen Venus und Neptun werden insbesondere an den ersten Tagen dieser Woche Ihre künstlerische Kreativität ansteigen lassen. Dies könnten Sie sowohl innerhalb Ihrer Hobbys als auch Ihrem Arbeitsleben nutzen und dadurch viel Aufmerksamkeit gewinnen. Es wird auch eine geeignete Phase für Sie sein, um hinsichtlich der Schönheit und Ästhetik einige Unternehmungen durchzuführen, falls Sie dies wünschen. Sie könnten Neuerungen bezüglich Ihrer Pflege, Ihrer Kleidung und der Schönheit machen und äußerst gute Resultate erzielen. Die im Zeichen Widder fortschreitende Sonne wird in dieser Phase insbesondere unser Haus der Beziehungen erleuchten. Das Dreieck von Sonne und Saturn innerhalb dieser Woche wird für starke Reorganisationen sowohl in Ihren geschäftlichen Partnerschaften als auch geschäftlichen Beziehungen sorgen. Insbesondere in Ihrem Arbeitsleben werden Sie starke Unterstützung bekommen. Darüber hinaus könnten Sie sich auch Nutzen aus einigen Beratungen verschaffen. Falls Sie eine Abmachung oder einen Vertrag in irgendeinem Bereich anstreben, sollten Sie diese Woche unbedingt dazu nutzen, meine lieben Wagen. Richtung Wochenende wird Sie das Quadrat zwischen Venus und Jupiter in sozialen Belangen unterstützen. Das Interesse Ihrer Freunde könnte in dieser Woche äußerst intensiv werden. Sie könnten an erfreulichen, künstlerischen und sogar elitären Gesellschaften teilnehmen. Auch wenn der Unterhaltungsfaktor dort sehr hoch sein wird, werden dadurch Ihre Ausgaben bedeutend ansteigen. Versuchen Sie deshalb Ihr Budget unter Kontrolle zu behalten, liebe Wagen. Bis bald!